Hallöchen da draußen, herzlich willkommen zurück bei The Longing. Wie immer habe ich das Spiel noch nicht gestartet, das werde ich jetzt einmal tun. Denn falls sich direkt am Anfang irgendwas ergibt dort in diesem Spielchen, in diesem Monsterspiel, das ist ein Biest, ein Biest von einem Spiel, dann wollen wir natürlich direkt dabei sein. So, einmal spielen. Und dann warten wir. Kollektives Warten, so könnte dieses Spiel auch heißen. Ah ja, guck mal, da habe ich mir fast gedacht, dass er neben dem Bett pennt. Oh, süße Einsamkeit. Ja, und darum geht es jetzt natürlich als erstes Mal. Wir haben uns das letzte Mal, am Ende der letzten Aufnahme, ein Bettchen gebaut. Und ich möchte wirklich wissen, was passiert, wenn wir da jetzt reingehen. Die Sache ist ein bisschen die, das können wir jetzt probieren. Und wenn sich dann irgendwas dadurch ergibt, dass wir dadurch irgendwie weiterkommen hier in unserem Sein, dann ist das schön, dann können wir das machen. Wenn sich da jetzt nichts weiter ergibt, dann habe ich irgendwie auch keine Idee, was wir noch ausprobieren könnten. Keine Ahnung. Ich gehe da jetzt einfach mal, ich gehe jetzt hier einfach ins Bett und wir gucken mal, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Dies ist sicherlich der gemütlichste Ort unter der Erde. Ich sollte versuchen, etwas zu schlafen. Ja, das können wir probieren. Lass mich raten, wir müssen jetzt warten, bis er eingepennt ist bestimmt, oder? Ja, ja. Das dauert natürlich ein bisschen. Mit dem Einschlafen ist ja klar. Daran sind wir ja schon gewöhnt. Wir sind auch schon dran gewöhnt, explizit darauf zu warten, dass er die Augen schließt. Von daher, oder die Augen schließen kann. Und die Zeit vergeht schon ganz gut, ey. Auf jeden Fall. Lass mich raten. Das Bett ist bestimmt der einzige Ort, wo wir jetzt die Augen nicht schließen können, oder? Ah, doch, doch, doch. Guck mal, guck mal, geht weiter. Da passiert doch was. Da geht noch was. Hm. Das wäre halt auch meine Hoffnung so ein bisschen, dass wir vielleicht Träume haben. Hm. Hallo, Kadaver. Guten Abend. Lalalalala. Oh, ich bin sehr gespannt. Und... Darf ich den Cursor bewegen? Um das da wegzuklicken? Oder wäre das eine schlechte Idee? Ich weiß es nicht. Doch, das scheint zu gehen. Scheint zu gehen. Welche Zahlen hast du gefunden? Hast du gute Zahlen für uns? Hast du die Lottozahlen von nächster Woche für uns? Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Dann schreib sie in eine Google-Tabelle. Da sind bestimmt viele Leute daran interessiert. Ich bin sehr gespannt, ob noch was passiert. Also, wir müssen jetzt hier warten. Das ist völlig alternativlos, glaube ich. Glaube ich. Hm. Das ist die universelle Zahl. Geht immer. Hm. Hm. Ja. 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 Kann sein, dass sie beschleunigt. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Meinst du, die läuft jetzt einfach immer schneller und schneller? Hm. Weiß nicht. Weiß nicht. Hm. Ihr seht den Schatten jetzt gar nicht, weil seine Augen nicht leuchten. Ja. Er hat sich jetzt unsichtbar gemacht. Grau auf Grau. Es kann natürlich sein, dass dadurch einfach jetzt weiter die Zeit beschleunigt wird. Ich habe keine Ahnung. Wie lange müssen wir jetzt warten? Hm. Wie lange müssen wir warten, bis vielleicht irgendwas passiert? Ich meine, bis er so in die REM-Phase kommt und so, das kann halt schon mal ein paar Stunden dauern. Also, wenn ich so an mich denke, wie lange es manchmal dauert, bis ich überhaupt einschlafen kann, das, ja, kann halt schon mal sein. Vielleicht leuchten die Kristalle auch um uns herum zu dolle. Deswegen können wir bestimmt nicht schlafen. Vielleicht müssen wir erst mal hier das Wasser abstellen oder so. Uns plätschert es die ganze Zeit da rum, aber eigentlich sind wir hier ja auch ziemlich weit weg davon. Sowohl von dem plätschernden Wasser da unten, als auch von dem da oben. Hm. Da wird da, das wird da noch, da muss da noch irgendwas passieren. Ich könnte noch nicht mal beschwören, dass die Zeit jetzt so wahnsinnig viel schneller geht. Na klar, die rast schon ziemlich, zugegebenermaßen, aber... Waren das nicht sonst auch so 14 Sekunden pro Sekunde? Mit dem ganzen Krempel, den wir ja angesammelt haben inzwischen? Hm. Es wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir zehn Minuten auf irgendwas warten müssen, ne? Muss man auch dazu sagen. Ach ja. Au, au, au. Ham. Ja, dann erzählt doch mal, wie war denn so euer Tag? Wie war so euer Tag? Ich habe mich heute ganz viel rumgeärgert, wieder mit Unity. Arbeitstechnisch. Hm. Wobei Unity an sich war eher weniger das Problem, als das Projekt, das ich da, ja, verwenden muss. Verwenden soll. Was aber ein mächtiger Brocken ist. Und das... Wären die Geräusche lauter? Das war irgendwie nur so kurz, ne? Wie nur so kurz einmal so ein komisches Gerollen. Vielleicht passiert das hier auch öfter. Auch so. Und ich weiß das nur nicht, keine Ahnung. Weil ich sonst nicht hinhöre. Hm. Da kommt's wieder. Oder? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Hm. Hm. Ah. Ja. Raus. Arbeiten und wieder nach Hause. Das klingt, ähm... Ähm... Ah. Das klingt auch abenteuerlich. Und ungewöhnlich. In den heutigen Zeiten. Okay, was geschieht? Das sind jetzt aber nicht nur die Schnipsel, die wir schon kennen, oder? Ja, okay. Aber das, ähm... Das kannten wir ja schon. Jetzt hab ich nicht wirklich drauf geachtet. Wie viel hat die Zeiten eben noch angezeigt? Ich hab nur die ganze Zeit auf die Sekunden geguckt, aber nicht auf den Rest. Das hat die ja eben noch angezeigt. Können auch auf den nächsten Traum warten, wahrscheinlich. Hm. Es sind aber prinzipiell dann, wie es mir jetzt im Moment aussieht, die Träume, die wir eh schon kennen, Mann. Die wir theoretisch auch mit den... Also was heißt theoretisch? Die wir tatsächlich mit den Pilzen hervorrufen können. Hm. 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 Ich brauch mal kurz was zu schreiben. Ich hab hier sogar ein Stück Papier. Sensationell. Da muss ich mir das gar nicht auf die Hand schreiben. Hm. Elf. Naja, 35 sind's jetzt im Moment. Mal gucken. Hallo, Tom. Hallo, hallo. 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 Hi. Hi. Wie geht's? Ah. Guten Abend. Ist auch schön irgendwie das Bild da über unserem Bettchen, oder? Finde ich irgendwie gut. Irgendwie sehr passend. Irgendwie sehr passend. Der Vorhang geht auf für die Nacht. Oh. Oh. Ach ja. Warum weißt du das nicht? Weil du den ganzen Tag geschlafen hast bestimmt. Weil du dich wieder voll gefressen hast und dann hast du ganz, ganz viel gepennt. Ja, 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 ja. Genau so war es bestimmt. Ich warte mal noch den nächsten Traum ab. Mann, ist aber wirklich schon wieder ziemlich viel Zeit vergangen. Ah ja. Sonst ist er bei 21. 20. Ich dachte, ich höre da ganz leise Musik. Naja gut, das soll ja hier auch so schon mal vorkommen. Durchaus. 1, 1, 5, 11, 16. Genau. La, 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 la. Druck auf der Brust. Was? Was? Hm. Okay. Aber so mit Atmen funktioniert noch alles. Durchatmen. Falls das hier irgendjemand mal irgendwann, irgendwann in 5 Jahren guckt oder so. Momentan ist hier Corona-Krise. Das muss man ja eigentlich dazu sagen. Oder im Livestream jetzt sind die Leute natürlich auf dem gleichen Stand. Aber wenn das irgendjemand irgendwann auf YouTube guckt. Ja. Wir haben heute den 2.4.2020. Wenn ich das irgendwann in 40 Jahren mir angucke. Oh Mann. Tja, interessant. Tja, 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 tja. Naja, aber ja, dann. Gute Besserung, schätze ich. Guck mal, was das ist. Ob das wieder verschwindet. Soll bei manchen Leuten auch vorkommen. Ich meine, ich will niemandem was unterstellen. Aber kann auch schon mal passieren, dass man sich so ein bisschen reinsteigert in Sachen. Ja. Keine Ahnung. Ich will mich da auch nicht ausschließen. Dass ich mich dann bei sowas irgendwie direkt kränklich fühle. Ein bisschen. Ja, ja. Aha, nächster Traum. So. Mal auf die Uhr gucken. Die können wir ja sogar weiter beobachten. Das ist ja überhaupt kein Problem. Das geht ja. Die wird ja überhaupt nicht ausgeblendet. Das sind aber einfach nur. Einfach nur die Träume. Und es vergehen immer noch so 14 Sekunden pro. Pro echter Sekunde. Hat es da gerade einen Minutensprung gemacht? Da hat es gerade einen Minutensprung gemacht, nicht wahr? Wir waren bei 295, 10, 50. Und jetzt ist 59 oder 42 in dem Fall. Ich glaube, es hat einen Minutensprung gemacht. Das würde aber heißen, dass wir die Zeit ziemlich schnell laufen lassen können, wenn wir ihn hier ins Bettchen legen. Und, naja, und dann das Spiel halt laufen lassen. Ja. Ja, ja. Interessant. Oder? Interessant. Ja. Das Einzige, das übrig bleibt, ist Ochizockt. Auf jeden Fall. Ich glaube auch. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Folgendes. Also, ich würde gerne mal Gann, genau. Das würde ich gern. Der letzte Traum, den wir jetzt hatten, das war, oh Gott, da müssten wir jetzt aber, oi, 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 das kann ich eigentlich nicht bringen. Der Punkt ist der, oh Mann, wir müssen da aber mal gucken eigentlich. Habe ich hier irgendwo einen Bookmark? Ja, hier ganz oben in diesem Brunnen, bei diesem Ort einen Besuch abstatten. Ich habe halt sonst keine Idee, was man machen könnte. Außer, wir haben ja, wir müssen darüber mal reden. Wir haben diese drei Träume. Egal, ob wir die jetzt mit den Pilzen hervorrufen oder ob wir die mittels Schlafen hervorrufen, wie es aussieht. Wir haben diese drei Träume. Der Kobold, das heißt, der Junge, geht mit dem Eimer in Richtung Brunnen wahrscheinlich. Zweitens, wir haben den Alten, den Mann da, der mit dem Eimer zum Brunnen geht oder Richtung Brunnen. Und drittens, wir haben die beiden beim Brunnen, wie sie den Eimer wieder hochholen. Und offenbar kommen wir ja bis zum Brunnen und dann sitzen wir da doof da. So eine Theorie, also eine wilde Theorie, die ich hätte, wäre, dass je nachdem, was für einen Traum wir hatten, irgendwie verschiedene Situationen da oben hergestellt werden. Und wir wissen ja außerdem vom Gesicht auch, dass wir den, hier den, den, den alten Blinden oder wie das da hieß, vertrauen können. Den Jungen sollen wir meiden. Ja. Was wäre denn jetzt? Wir hatten ja eben den Traum, wo der Alte zum Brunnen ging, nicht wahr? Was wäre, wenn jetzt da so eine Situation hergestellt ist, dass der Alte irgendwie den, den Eimer da runterlässt oder so? Oder runtergelassen hat? Ich weiß halt nicht, was für einen Traum wir hatten, bevor wir da das letzte Mal hingegangen sind. Weil wenn das der Traum gewesen ist, wo die den Eimer wieder hochgeholt haben, naja, dann war vielleicht da im Brunnen nichts. Ich weiß es nicht. Ja, dann würde ich jetzt mal versuchen wollen, das jetzt in der Situation nochmal zu machen. Und weiterhin befinden wir uns dann ja quasi an der Oberfläche oder fast an der Oberfläche. Das heißt aber auch, theoretisch könnten da Tageszeiten auch relevant sein, ne? Eventuell. Dann vielleicht in, zu verschiedenen Zeiten irgendwie mal, was weiß ich, irgendwie mal Licht in den Brunnen scheint und mal nicht oder irgendwie sowas. Und außerdem, das können wir eigentlich auch machen auf dem Weg, außerdem wollte ich mal, das habe ich das letzte Mal versäumt, das wollte ich eigentlich schon mal machen. Ich wollte mir einen Pilz mitnehmen, der dann quasi der dritte Pilz in einer Reihe ist, sodass wir wieder einen Traum triggern können. Den einmal mitnehmen, bis ganz nach oben und dort einmal die Erinnerung triggern, ob das vielleicht irgendwas bringt. Das vielleicht irgendeine Veränderung bringt, also das könnte man jetzt halt noch versuchen, aber ansonsten, wenn das nicht hilft, wenn das nicht hilft, dann weiß ich nicht, was wir machen sollen. Und wir müssen mal gucken, ob der Pilz da jetzt wieder zusammengefallen ist oder ob er noch funktioniert. Tja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Schwierig. Ei, 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 ei. Hm. Ich überlege, ob ich das vielleicht für die Aufnahme hinterher einfach ein bisschen zusammen cutte, weil das hatten wir jetzt schon, das haben wir ja so ausgiebig schon gemacht. Vielleicht machen wir das einfach mal und es kann halt sein, dass das dadurch eine relativ kurze Aufnahme wird. Ob ich die dann so raushaue, bis wir dann irgendwie neue Erkenntnisse haben, keine Ahnung. Oder ich mache das wieder so, dass ich diesen Zusammenschnitt dann davor schneide, vor der nächsten größeren Session, die wir machen oder so. Hm. Könnte man eventuell auch überlegen. Aber dann würde ich jetzt mal einen Cut machen. Dann wahrscheinlich, falls sich jetzt nichts anderes ergibt, wahrscheinlich da bei den Pilzen nochmal kurz vorbeischauen. Müssen wir ja sowieso vorbei. Dann noch entsprechend welche mitnehmen oder welche nehmen. Dann wieder auf den Traum warten, zwei nehmen, dann den dritten mitnehmen. Bis wir dann ganz oben sind. Und dann mal gucken, ob wir da was triggern können. Naja, also ich mache in der Aufnahme an der Stelle einfach mal einen kleinen Skip und wir sehen uns gleich wieder. So, nach einer langen, 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 beschwerlichen Reise sind wir hier wieder rausgekommen. Endlich, meine Fresse, ey. Hat aber auch lang gedauert. Und ich habe unterwegs ein Upsi gemacht. Ich habe einen Pilz aus Versehen gegessen. Deswegen haben wir uns jetzt einen neuen geholt. Das heißt jetzt aber, wir sind jetzt gerade in der Situation, dass wir nach dem Traum sind, wo die beiden den Eimer hochgeholt haben. Also das ist jetzt die Situation. Die Idee wäre jetzt, da vielleicht mal hinzugehen in den Brunnen. Und erstmal nachzugucken, ob da irgendwas ist. Und wenn nicht, oder auch wenn ja, oder so, mal gucken. Dann fressen wir da den Pilz. Oder lieber da oben bei den Steinen. Ne, der Brunnen ist noch mysteriöser, oder? Und gut versteckt. Genau, und dann schauen wir mal, ob sich irgendwas ändert. Na, wo ist er? Oder ist es noch weiter? Ich lasse ihn einfach von allein gehen, oder? Er wird das selber besser wissen. Aha, noch weiter, okay. Gut. Gut. Das erklärt allerdings auch, warum irgendwann der Bodenbelag sich ändert, wenn man da durchgeht, durch die Höhlen. Weil hier halt irgendwie so ein komischer Sand, Erde, Sandstein ist irgendwas. Das ist hier halt der Bodenbelag von dieser Gegend. Er lädt hart nach. Das ist natürlich schon mal gut. Gut. Okay. Okay, okay, okay. Aber hier die... Genau, die Leiter hoch muss da nicht, ne? Ja, ja, genau, genau, genau. Okay. Und das könnte halt... Ich glaube, das haben wir probiert, ne? Das ging nicht. Dass wir da hochgehen. Lalalalalalalala. Gut. Und... Brunnen-Action. Jawohl. Ja, gut. Kamera zoomt raus. Kleines bisschen zumindest. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dann bleibt uns nicht viel übrig, würde ich sagen, Mom. Hier weiter kann ich auch nicht gehen. Hm. 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 Ob das jetzt die beste Idee ist, keine Ahnung. Aber ich mach's mal. Zack. Ist jetzt das, was ich erwarten würde? Genau. Ich frage mich gerade, ob man uns hier sehen würde, wenn wir da hocken würden. Aber ich glaube, das ist eher, das ist einfach nur ein Film, oder? Einfach nur ein Clip. Boah. Das Action von dir, Tom, das kam gerade vier Minuten später rein in dem anderen Chat. Ha. Krass. Tja, ich warte mal ein bisschen, ja. Können wir machen? Ich glaub' aber nicht, dass sich hier irgendwas tun wird, ey. Tja. Eben, wo bleibt der Eimer, ey? Shit. Tja, aber dann bin ich... Dann bin ich ziemlich out of ideas, ey. Hm. 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 Di, 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 di. Ich mag das, wenn er uns anguckt. So ganz kurz, dann guckt er schnell wieder weg. Okay. Naja, dann warten wir hier noch kurz. Gute Nacht, weißer Kadaver. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis demnächst. Träum fein. Die, di, 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 di. Ja, genau. Also, wir warten hier noch kurz. Und in der Aufnahme können wir das auch wieder skippen, weil das haben wir eigentlich das letzte Mal auch schon relativ ausgiebig gemacht. Wir warten noch mal ganz kurz. Nö, 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 nö. Ich gehe noch mal ganz kurz hier nach oben gucken, ob sich da noch irgendwas sehen. Keine Ahnung. Ob sich da noch irgendwas ergibt. Wahrscheinlich nicht, aber gut. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ja. Das ist der große, das ist die große Weisheit des Tages. Das ist die große Erkenntnis. Nö, mal hier nach links. Ob wir hier noch irgendwas machen können. Hacken oder so. Hier die Steine wegmachen. Nö. 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 Können wir hier nicht einfach einen Stein nach dem anderen irgendwie. Na gut, teilweise sind die schon ein bisschen größer, aber. Einen Stein nach dem anderen wegrollen. Die, 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 die. Der Wurzel. Die hier? Oh. 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 Doch, Tageszeiten. Ich höre auch die Vögel zwitschern, ne? Es war letztens hier nicht so dunkel, oder? Kann es sein, dass jetzt gerade, ja, keine Ahnung, ob es gerade morgens ist oder irgendwas? Ob das jetzt was zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Ich meine, es ist, es ist ja irgendwie, es ist ja schon sehr einleuchtend, dass es hier irgendwie Tageszeiten gibt. Steine untersuchen. Hm. Ausgang ist mit Granit blockiert. Tja, 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 tja. Ja gut, dass es Tageszeiten gibt, das ist ja klar. Hm. Hm. Das mit dem Tag unter der Erde? Ich meine, ich weiß es nicht. Da unten in dem... Hm. Ähm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin halt aufgestanden. Dann sagt er, nachdem er da eine Weile gesessen hat, meist irgendwas. Also, dass er das gesagt hat, das war einfach nur, weil ich aufgestanden bin. Davon gehe ich mal schwer aus. Hm. Das war jetzt auch nicht das erste Mal, dass er irgendeinen Kommentar ablässt, wenn ich aufstehe, nachdem er eine Weile geruht hat. Vielleicht muss man da oben das Treiben beobachten. Vielleicht kann man wirklich da oben dann irgendwann die Leute beobachten, die da halt irgendwas machen. Kann das sein? Ich meine, die große Frage ist halt, ob die halt immer noch da sind. So, wie wir das in der Erinnerung halt irgendwie sehen. Wenn das denn eine Erinnerung ist. Hm. Gut, jetzt nachts wird das wahrscheinlich eher nicht passieren. Vielleicht kann man sich deswegen den einen Pilz mitnehmen. Na gut, aber man kann hier ja überhaupt nicht gucken, ob es Tag oder Nacht ist. Solange man den Pilz in der Hand hat, weil da kommt man da ja gar nicht hoch. Da können wir irgendwie im Brunnen sehen, ob es Tag oder Nacht ist. Das sah mir so ähnlich aus wie das letzte Mal. Von daher. Hm. Könnte ich jetzt nicht sagen. Und selbst wenn wir jetzt hier jemanden sehen würden. Was machen wir dann mit dieser Erkenntnis? Haha. Ich weiß es nicht. Tja, tja, tja. Von mir aus können wir ja auch nochmal irgendwie zwei, drei Minuten stehen bleiben. Und gucken, ob sich irgendwas tut. Aber... Würde ich jetzt nicht drauf wetten, aber wir können ja mal gucken. Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde an der Stelle hier einfach mal... Ich würde den hier einfach mal lassen. Ich weiß es nicht, wie wir es machen sollen. Ich kann bei Zeiten hier irgendwie nochmal nachgucken dann. Ob sich hier noch irgendwas getan hat oder so. Keine Ahnung. Aber ich muss für heute erstmal wieder Päuschen machen. Haha. Ja, das ist halt blöd, ne? Ja, eigentlich müsste man jetzt zurück. Eigentlich müsste man jetzt zurück und die Zeit mal so um sechs Stunden oder so verschieben. Und dann wieder hier hin. Das ist so furchtbar. Das ist so furchtbar. Naja. Weiß ich nicht. Wir können gleich noch einen Plan machen. Aber für die Aufnahme sage ich an der Stelle erstmal Tschüss. Ich weiß nicht, ob ich das dann hinterher wirklich als eine kurze Aufnahme rausgehauen haben werde. Oder ob jetzt gleich noch irgendwie was kommt, was ich da ranschneiden werde. Mal gucken. Wir schauen einfach mal auf. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Und Tschüss.